Hallo und recht herzlich willkommen bei 59 Sekunden. Abfahrt sich für Miriam Pucher und an die Kristallkugel für unsere Nicole Schmidhofer hier stellvertretend. Niki, dieser Blumenstrauß ist nur für dich. Dann ständiger Ärger in der Rettungsgasse. Das verstehe ich nicht. Das müsste man mal aufgrennen. Vielleicht schreibt das jemand in die Kommentare, wozu haben wir ab dem Pannenstreifen. Britisches Parlament lehnt Brexit ohne Deal klar ab. Aber die wissen auch nicht was wollen, oder? Einmal ja, einmal nein. Schon wieder kein Noggete drin. Also ich glaube die Noggete gibt es nicht mehr. Es gibt kein Noggete mehr in der Kronenzeitung. Das hat ja alles keinen Sinn mehr. Horoskop. Heute der Stier. Gesundheit. Nutzen Sie den kosmischen Energieschub. Mal ein Superstar Sebastian Vettel taufte seinen diesjährigen Ferrari-Poligen Lina. Boom. Blitz-Eigentor gab den Capitals Zunder. 7-0 gewonnen. Ja und dann natürlich gestern. Lasst uns feiern die Pleiten der Bayern. Auf Wiedersehen Bayern. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Viel Glück im nächsten Jahr. Ja und so schnell ist die Zeit vorbei. Schaut es auch morgen wieder rein. Es heißt 59 Sekunden. Nicole, noch einmal für dich.